Hallihallo, er ist Willi, eine Willi, eine ungarische Windhundmix, sehr sehr schön, ganz lieb, aber zuerst ein bisschen ängstlich, wie ein Windhund, weil viele Windhund können ängstlich sein, ja? Willi, wir haben gerade einen Katja-Test gemacht und dann ist es kaputt. Willi, zeig mal dein schönes Gesicht, bitte. Oh lala, oh lala, oh lala, oh lala. Ja, du musst nachher sehen, wie viel Kilo bist du. Huh, ja. Und was ist deine Schulterhöhe? Oder? Ja.